Nun gut, aber ich werde meins nehmen hier. Komm. Dann machen wir uns jetzt mal in Richtung Saint-Denis auf. Beziehungsweise wir werden mal hier in diesen Zwischenlager hängen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und Feuer frei. Querfeld ein? Querfeld ein. Wer weiß, was wir da entdecken. Jetzt warte mal. Na, komm Schweinchen. Ach so, Krokodile aufpassen. Ach komm, wir gehen hier querfeld durch. Was soll der Geiz? Ah, hier geht's nicht querfeld durch. Wie lang? Ein Gator, zweiter Gator. Schnell vorbei Gator. Dritter Gator. Ah, das überleben wir schon irgendwie. Oh, der Hirsch überlebt hier drin auch. Also insofern. Uah. Gator, Gator. Ach, das war ein Weg, wa? Wir sind so ja da. Nochmal einen legendären Fisch. Hallo, Arden. Hi. Oh, die sind... Die sind da... Was denn? Ich muss da hier rein. Ach, Mika. Komm ich hier irgendwie hoch oder so? Oh, ihr musst dich wirklich die Treppe nehmen, oder? Ach, guck an. Da setzt er sich einfach hin und gammelt. Wir machen die ganze Drecksarbeit hier. Ja. Dwight, 2, D4, Black, KF, 5. Du bist okay, da? Wir machen es alles aus. Once und für alle, Arthur. Hmm. Was jetzt? Wir sind zurück. Und ich sitze hier. Und ich bin contemplatierst die große Reise des Sonnen. Und ich beantworte ein bekanntes Chess-Move. Die Oilyen-Aktors der Mediocre Justice, die Pinkertons und der Benefaktor, der Depressen Millionär Leviticus Cornwall, sie wollen uns, Arthur. Sie wollen uns. Und sie werden uns haben. Vielleicht sind sie nicht der Problem. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Es ist nur... Ich kann nicht aber sagen, dass wir besser wären, wenn wir auf einen Platz gehen würden. Aber das Spiel ist nicht vorbei, Arthur. Ich meine, ich habe noch nie gespielt, aber... Ich glaube, ich bin mehr interessiert in schnauern, als in gewinnen der Chess. Und vielleicht ist es nicht so etwas, was ich so zu klingeln, so zu klingen. Keine Werteidung. Was für die Frauen? Du bist wie Josef. Ich habe ihn. Ich habe dir eine Frage gestellt. Was denkst du? Wir können nicht hier bleiben. Das ist das sehr klar. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west, they chased us over the mountains, they ran us into the sea. All right, sir. Do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now. And I've seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we just... Where is country? In Roanoke Ridge, past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you can take folks up that way. Micah. And I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan, yeah. Barther, I ain't got it. I just need time. I need time and no traders. Er wird mir ein bisschen zu extrem, der Junge. Der wird mir viel zu extrem gerade. Ich weiß nicht, ob man das genauso sieht wie ich gerade. Er wird mir zu extrem. Oh, Herr Strauss oder... Ich glaub ja. Nee, nicht Herr Strauss. Hier. Charles. Charles. Okay, er nimmt die größere Waffe mit. Er nimmt die größere Waffe mit. Zum Glück waren wir da schon. So. Apropos. Jetzt muss ich nochmal gucken. Haben wir hier irgendwie so ein komisches Wundertonicum? Ich suche immer noch, ähm... Das für den starken Bartwuchs. Aber ich glaub, das werde ich nicht finden. So, und hier sollten wir... Das kann man benutzen. Ja, ein Boot ist wahrscheinlich eine gute Idee. Okay, gut. Okay. Okay. Es ist gut zu sehen, du wieder, Charles. Du auch. Danke, für was du in Saint-Denis. Real brave, die in einem Office-Locken. Ich war mir Angst, dass du und Abigail haben beide getötet. Ich habe einen Platz, um zu bleiben, für einen Zeitpunkt. Dann habe ich einen Rennen mit einem Wagen und Worker zu gehen. Und nach den Fielen. Abigail sagte, sie, wie sie, sie, wie sie, zu verlassen, wenn sie Hasea genommen haben. Du hast gut gemacht, zu den anderen rausgekommen. Du hast alle zusammengekommen. Jeder war ziemlich schade, wenn ich zurückgekommen bin. Ich bin zu Schadie Bell. Oh. Es war ein schweres Wochenende. Ich kann es nicht tun, ohne Sadie. So, wie hast du das Platz gefunden, da? Ich glaube, die Skälen auf Sticks waren in addition zu dir. Huh. Ja, der Strauss wusste es. Die Landwirte sind verrückt von dem Ort, also haben wir gedacht, dass das ein bisschen Zeit bekommen könnte. Und es hat es gemacht. Bis zum einen von euch mit dir gebracht. Und wo bist du wieder? Küba? Oh, nicht genau. Eine Irlande von dort, nennen die Warma. Wir haben uns in einem Heepa-Trip. Wirklich? Eine Irlande tropische? Ist das nicht nur was die Deutschen wollen? Ich glaube, es war nicht genau mit seinen Ideen. Ich bin immer sicher, dass ein Dutch weiß, was er will. Vielleicht nicht. Aber er hat immer versucht, Dinge herauszufinden in der Vergangenheit. Ich weiß. Du bist richtig. Aber... Es war... Ich glaube, ich vermute Hosea und seine Wissen. Natürlich. Aber Hosea ist anscheinend wirklich tot, ne? Also, ich rechte eigentlich immer noch damit, dass er dann so aufsteht oder untergetaucht ist oder irgendwas in dem Dreh. Das ist schon doof. Da steht das Pferd, was wir vor Freunden haben stehen lassen. Warum auch immer. Ich habe es gar nicht benutzt. Ah, du gut. Gut. Ich dachte, wir fahren mit einem Kanu. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Ah, ich glaube, hier werden wir uns dann in Kanu setzen. Jedenfalls geht es hier hoch. Hier war ich nämlich schon in Butchers Creek. Und ich bin gespannt. Die Herren waren eigentlich ganz nett, als wir da ihren Kumpel hochgebracht haben. Okay. Ja, ja, richtig. So, L um das Boot zu steuern, gedrückt und rudern und tippe. Okay. Okay. Ach so. Sie sind Tiere. Alle sind erschrocken von ihnen. Great. Die Dutch nicht erwähnt das. Ach so. Ich verstehe hier. Das ist nicht eine verrückte Idee. Das ist ein Ort, wo niemand kommt nahe. Auch das Recht. Wir werden nur bereit sein. Es wird nicht schön sein. So wird es. Ach ja. Genau. Die ganzen Stromschellen nach oben, ne? Ach, mit tragen. Ach, da hätten wir reiten können. Ich glaube, wir sind da. Das ist hier die Brücke kurz davor. Und da läuft ne Lampe. Das ist ein Schwer. Das ist ein Schwer. Arthur, wir waren das schon hier. Das ist ein Schwer. Das ist ein Schwer. Das ist ein Schwer. Das sind die Schwer. Die Lokale. Ach. Aber hier, wa? Aber hier, wa? Und das Boot haut ab. Du siehst, das ist doch ganz freundlich. Warum habe ich einen Bogen hinten drauf? Das wird bestimmt einen Grund haben. Bäh. Tja, hier waren wir vorhin. Tis, 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 tis. So schnell sieht man sie wieder. Welche Schabracken hier. Ja. 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 Mein Pferd kann ich nicht rufen. Was war das für ein Geräusch? Nee. Zieh nichts, ach da. Ich sehe nichts. Ach, da. Oh, Waschbär. Mensch, ey, ich bin krank, ich hab Tuberkulose. Ach, die. Warte mal, warte mal, ich muss plündern. So, hab ich meinen Pfeil wieder, das ist auch gut. Okay. Let's see what's going on. What? Was ist das denn? Hm. War das die richtige Entscheidung? Ich weiß es nicht. Boah, das ist spannend. Gut. Ich brauche aber meinen Pfeil wieder, ja? Okay. Oh, der liegt hinten. Hm. Eine Frau höre ich da. Sieh leider keinen. Die habe ich überhaupt nicht mitbekommen gerade eben. Nicht. Nicht! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ach, Werch, die Musik. Geek! Okay. Hui-yi-yi-yi. They got someone locked up in that cage! You's all gonna die here! Only way you can leave it here is in peace! Noooo! Charles, you see any more? Not for now! Come on, let's get that poor girl out of the cage! Hey! It's okay. It's okay. Shh! You're safe. It's okay. Come on. It's time to go. It's okay. Okay. Let's go. Oi-yi-yi-yi-yi-yi-yi. Where you from? Rannesburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. What's here in the hole? Miss. You okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. and it's bird right yes hey it's okay miss the others they killed them you're safe now just try to breathe they're animals Ich weiß. Es ist alles gut, Frau. Warum würde sie... Einige Leute sind einfach schweig. Es gibt keinen Sinn in der Explosion. Ich habe nicht slept in Tage. Oh Mensch, die arme Frau. Das vergisst man doch nicht. Ich hoffe, hier passiert nichts weiter. Bom, bom. Ach, dieser Dunst. Ja. So. Jetzt sind wir auf dem Weg. Okay, da vorne ist Annisburg. Wir sind wirklich da. Es wird leichter gehen, von dort zu gehen. Das. Oh. 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 Danke Gott. Welchen Ort ist dein? Auf dem Topen der Höhle. Es ist nahe der Blacksmith. Komm schon, dann. Mom! Mom! Meredith? Sie ist alive! Sie ist alive! Du hast ein paar schlechte Dinge, ich glaube. Die Murphy-Brucke. Oh mein Gott. Wie hast du das geschafft? Ich rand in sie und fand sie. Oh, danke. Hier, lass ich dir das geben. Nee. 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 Das ist okay, Mann. Du bleibst sie warm und sie sicher. Nee, das kann ich nicht. Dafür kann ich das Geld annehmen. Das geht leider nicht. Ey, die kennen wir doch. Oh nein. Du bleibst mich allein. Du bleibst mich allein. Du bleibst mich allein. Die sollte doch weg sein. Thanks, buddy. Die haben wir doch extra weg... Oh. Da hat Kohle gekriegt. Wobei, ich glaube, die Nebenquests hat er noch nicht, äh... Wäre er noch nicht gewesen. Ich war zu voreilig. Aber in der Nebenquest haben wir sie nach Hause geschickt. Ich hoffe mal. Also... Also, was heißt nach Hause? Neuanfang, ne? Und nicht hier. Lass mich raten, wir sitzen jetzt in den Höhlen, oder? Ich meine, das ist doch auch... Das ist Versteck, aber... Ah, okay, davor. Oh, da ist was mit Nachladen. Ja. Du bist zurück. Wie schön, Frau O'Shea. Es ist lustig, du scheiße. Back and drunk. Der Master, der Lord God... Molly. Allmighty. Calm down. Ich werde nicht ignoriert. Dutch Van der Leyen. Ich bin in ihm. Ich bin sie. 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 Ich habe sie gesagt. Ich habe sie gesagt. Ich habe sie gesagt. Ich habe sie gesagt. Ich sage sie, ich habe sie mitgene Cordern. Ich habe sie im Mund. W часов. Watt? Der Herr Making Moment und Herr Ross. Wie wichtig sie Ihres Bankrob�我不 Was? Ich dachte, die ganze Zeit dachte ich, Mika war es. Und Arthur kann es nicht begreifen. Kapitel 6 Beaver Hollow Boah. Sie war der Maulwurf. Weil sie zurückgewiesen wurde oder ihre Liebe nicht erwidert wurde. Das ist Murphreeland. Oh, ich glaube, hier gibt es noch richtig Beef. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.